Hallo, willkommen an Skylar Nuggets. Wie heißt du? Lukas. Was machst du hier, Lukas? Ich bin an 4.000 Meter. 4.000 Meter, das ist sehr hart. Die Kleidung ist richtig. Hast du Angst? Nein, ich habe noch ein bisschen länger Angst. Nein, nein. Er ist all gut. Binde schön. Tschüss. Tschüss. Komm. So. Fluss. Auf dem Flugzeug. Stratting. So. Coppt. So. 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 Willkommen to Godard Nuggets. Juhu!